Zuletzt wurde die Lichtgestalt Helene Fischer plötzlich zum Sorgenkind. Schließlich war ihr Trapezunfall bei einem Auftritt in Hannover das alles bestimmende Thema. Doch nun gibt es womöglich wieder gute Nachrichten von der Schlager-Queen. Weihnachten kann kommen. Fans von Helene Fischer können sich womöglich auf die Rückkehr ihrer Weihnachtsshow ins Fernsehen freuen. Jedenfalls will die Bild-Zeitung herausgefunden haben, dass dazu gerade Verhandlungen mit dem ZDF im Gange seien. Zwar seien noch keine Verträge unterzeichnet, berichtet die Zeitung. Doch alle rechnen mit einer Einigung, heißt es. Helene Fischer könnte somit im Dezember sogar ein Jubiläum feiern. Exakt zehn Jahre ist es dann her, dass ihre beliebte Weihnachtsshow erstmals ausgestrahlt wurde. Das ZDF zeigte die Sendung traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag. In den vergangenen Jahren aber lag die Helene Fischer Show auf Eis, die 2019 zum bis dato letzten Mal über die Bildschirme flimmerte. Wegen der Corona-Pandemie musste der Quoten-Hit 2020 und 2021 in Zwangspause gehen. Auch Rausch Tournee geht weiter im vergangenen Jahr wiederum teilte der Sender in einem Statement mit. Die Planung und Umsetzung der Helene Fischer Show als eine der größten und aufwendigsten Hallenproduktionen im Deutschen. TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwegbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden. Gemeinsam mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die Show auch 2022 auszusetzen. Stattdessen lief Dalli Dalli, die Weihnachtsshow mit Johannes B. Kerner. Sollte die Helene Fischer Show nun ein Comeback feiern, hätten die Fans der Sängerin die Chance, sie neben ihrer Tour auch wieder mal im Fernsehen zu sehen. Zuletzt musste die 38-Jährige ihr Konzert in Hannover nach einem blutigen Trapezunfall abbrechen. Fischer zog sich dabei eine Platzwunde über der Nase zu. Nach der Sommerpause soll das nächste Konzert der Rausch Tournee am 25. August in Köln stattfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017